hallo und herzlich willkommen zu einer runde polybridge ja ich habe jetzt die eine brücke weitergebaut und bin zum ergebnis gekommen und zwar wir haben hier eine zugbrücke und wir haben hier eine zugbrücke da muss noch ein kleines dreieck reinsetzen weil ich kann mit der hydraulik von dort nicht dort ran und das habe ich festgemacht damit ein bisschen stabilität ist in der brücke ist alles unterm budget 9000 dollar habe ich noch auf start könnt ihr euch das anschauen schön oder wirklich nice man könnte vor das kleine stück holz noch aus stahl machen aber es hält ja auch mit holz also daher lasse ich das so belastbarkeit ist 95 prozent ok es war hier der infilator der fahrstuhl ja das kann jetzt bestimmt dauern wann geht eigentlich das ding ist los ja ja nicht der die hydraulik So ein Paarstuhl Traum. Und ich weiß gar nicht was ich hier mache. Könnte es vielleicht passen? Und mein Kabel. Okay, okay, okay. Boah, das wird zerfetzt und zerrissen hier. Das könnte ja auch ungefähr so sein. Vielleicht noch ein Stück höher sein. Dann werde ich mal sagen, müssen wir die Straße ein bisschen runter setzen. Okay. Ich würde mal sagen, wir machen so einen Korb irgendwie rein. Okay. 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 Und. Und. Vielleicht nochmal das rein. Das ist nicht schön aus der Fahrstuhl. Mal mal hier in Kabel, obwohl Kabel zerreißt. Dann müsste noch hier verbunden werden. Nicht mit Kabel. Dann war Holz. Holz geht schnell kaputt. Hey. Hey. Jetzt gibt es eine gute Waffe zu machen. Ich habe die Waffe. Ich habe die Waffe auf den Leiden. Ich habe die Waffe zu machen. Ich habe die Waffe auf den Leiden. Ich habe die Waffe auf den Leiden. Warum reißt der da ab? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wie kann man einen Fahrstuhl bauen? Straße, Straße, Straßen, Straßen, Holz, 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 Holz. Ah, wusste ich doch, dass das nicht klappt. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kabel. Und Traum. Stahl. Stahl. Da muss doch noch viel weiter höher. Hm. Die kriegt ja noch höher. 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 Ok, dann machen wir doch hier auch nur die Traunik rein. So. Er muss noch höher. Noch höher, noch höher. So. 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 Soll 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 Holtz Oh Gott, das ist ja. Die Saudi, der darf nicht rumfallen. Das ist Mulliktima der Sock der Pl Standards Das war's für heute. einig, Ton. Die Bilder war klein, die Überraschung für die Flasche. Ich bin hier grübel, ich komm hier nicht vorwärts. Ich bin hier grübel, aber Moment ist es 8,000 Gramm. Ich bin hier grübel. Die Zbegle und ich bin hier glübel. Ich bin hier glübel, ich bin hier glübel. Warte mal, wenn ich den so ein bisschen runtersetze. Okay. Ganz Precio. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 sehr klar klappt ja immer noch zusammen auch mit jetzt dürfte es nicht mehr so klappen geht doch geht doch wenigstens ein Erfolgserlebnis heute auch 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 ich sag mal das war es für heute fürs erste mal ich werde morgen glaube ich den fachstuhl zeigen ich wollte euch sagen viel spaß auf wiedersehen tschu tschu auch